Die Wir sind nur Freunde Challenge Hand hoch, wenn die Aussage zutrifft Du findest deinen besten Freund, beste Freundin attraktiv Du hast schon mal einen ganz besonderen Vibe bei deinem besten Freund, besten Freundin verspürt Du könntest dir besoffen vorstellen, deinen besten Freund, beste Freundin zu küssen Du findest es okay, freizügige Bilder von deinem besten Freund, bester Freundin zu bekommen Du findest es nice, wenn dein bester Freund, beste Freundin Single wäre Wenn dein bester Freund, beste Freundin sich an dich ran machen würde, würdest du es zulassen Küsst euch jetzt, wenn ihr beide bei allem die Hände hoch hattet